So, yo, hoi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ja heute, ohne Scheiß Leute, bei dem Video, wo ich angekündigt habe, dass ihr mir Fragen auf Snapchat stellen könnt. Ohne Scheiß, Alter, da habe ich einen Kommentar bekommen und da habe ich mich dazu entschieden jetzt, dass ich darüber einfach ein Video mache und euch das zeige, weil ich glaube, das hat keiner mitbekommen oder so, außer zwei Leute, die haben unter dem Kommentar sogar noch kommentiert. Ich grüße euch zwei auf jeden Fall schon mal und ja genau, Leute, ich lese euch den Kommentar einfach mal vor und blende den hier oder so, keine Ahnung, ein. Ohne Scheiß, der ist einfach genial, Alter. So, der Kommentar lautet, er kommt von Oh Boy. Natürlich kein Bild oder so, kein Kanalbild, gar nichts. So, Leute, er schreibt, warum bist du so ein eingebildeter Knecht? Warum hast du keine Freundin? Oh, warte, die Frage musst du nicht beantworten. Ich weiß ja, wie du aussiehst. Digger, wo ich den Kommentar bekommen habe von dir. Zu geil, Leute, ich habe mir so einen Arsch abgelacht. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mit JJ geschrieben, dass er mal unter mein neues Video gehen soll und den Kommentar lesen soll. So, Leute, das Ganze, ich zeige euch hier einfach mal den Chat. So, das war am 5. November, Leute. Haben wir hier Audios geschickt. Da habe ich geschrieben, gebt ihr den Kommentar unter dem Ankündigungsvideo heute. Haha. So, Leute, dann kam die Antwort-Audio. Leute, hört euch an. Oh, shit, Digger. Warte, ich bin unterwegs, Alter. Ich bin unterwegs, Mann. So, da drauf habe ich dann haha geschrieben. So, Leute, und da daraufhin kam eine 2 Minuten 20 Audio von ihm. Ich lasse sie einfach mal abspielen und ja. So, Leute, jetzt habe ich gerade auf Flankenburg geklickt. Jetzt 100 Aufrufe schon gesagt. Live-Reaktion. Warum bist du so ein eingebildeter Gericht? Warum hast du keine Freundin? Oh, warte, die Frage musst du nicht beantworten. Ich weiß ja, wie du aussiehst. Haha. Warum bist du so ein eingebildeter Knecht, Leute? Alter, sagst du es mir. Alter, shit, Mann. Alter, unter der Toten ist ja mal mega fresh, Alter. Wie PlayWithZaid kommentiert. Genau. Alter, dein Maul, du Lappen. Und Clash, Alter. Oh, boy, was bist du denn von dem, der Geilo ist? Also lass den, den, lass den mal Flankenarmy. Ey. Shit. An die zwei Leute, Alter, auf jeden Fall fetten Gruß, Alter. Die haben mich direkt verteidigt, Alter. Ich habe den Kommentar noch nicht mal gelesen, richtig. Dann kamen schon die Kommentare von denen, Alter. Voll heftig. Auf jeden Fall. Du musst auch noch PlayWithZaid danken. Das habe ich zu dem Zeitpunkt dann schon getan. Shit, Alter. Warum bist du so ein eingebildeter Knecht, Alter? Eigentlich müsste ich dich jetzt direkt bei mir als Kontakt umbehindern als Knecht. So eingebildeter Knecht, Alter. Shit. Oh, fuck. Und dann diese Shots am Ende. Warum hast du keine Freunde? Oh ja, Digga, ich weiß ja, wie du aussiehst. Weißt du, das Witzige, das sind immer so Pisse, Alter. Auf diesem Kanal gibt es keinen Inhalt, kein Profilbild, einfach ein O, weil es Standard-YouTube ist. Nichts, Alter. Weißt du, die hauen noch raus. Shit. Alter. Oh, bist du so ein eingebildeter Knecht, Alter. Der war jetzt mega-frasch, Digga, ohne Scheiß. Alter. Aber das Witzige ist eigentlich, der Typ kam vorbei, hat sich das Video gegönnt, den Kommentar da gelassen, aber nicht gedislike, Digga. Du hast 23 zu 0, Mann, Crank. Echt so, Alter, dann hat er nicht mal ein Dislike da gelassen, Alter. Auch geil. Leute, Alter, der Kommentar, das war mal wieder ein Briller. Ohne Scheiß, Alter. Ich habe schon lange kein Hater-Kommentar mehr bekommen. Auf jeden Fall mal nicht so einen. Und der hat dann auf einmal gleich wieder zerstört, Alter. Warum bin ich so ein eingebildeter Knecht? Ich weiß es auch nicht, Alter. Ich kann es mir auch nicht beantworten. Und nach den zwei Audios hat er dann auch noch ein Audio geschickt, Leute. Achso, Digga, ich muss eigentlich übrigens noch sagen, ich kenne eigentlich echt keinen eingebildeteren als dich, Alter. Das ist krank, Mann. Ja. Also du bist schon so ein richtig pretty Motherfucker, Alter. Da habt ihr die Bestätigung. Shit. Ah, fuck, Mann. Ja, Leute. Was soll man machen, Alter? Was soll man machen? Zu geil, Alter, solche Kommentare, Mann. Ich amüsiere mich da jedes Mal wieder. Ohne Scheiß. Und ja. An die zwei Leute, die mich verteidigt haben direkt auf jeden Fall. Grüße an euch. Und ja. Ihr habt den Hashtag Flankenarmy erfunden, Alter. Den gab es noch nicht mal. Ohne Scheiß. Voll fresh. Und ja, Leute. Das Video. Einfach so ein kleiner Haterkommentar. Und die Reaktion von JJ und mir. Ähm, ja. Das war das Video, Leute. Der Typ hat auch noch bei JJ unter seinem Video kommentiert. Alter. Hat auch noch rumgehatet, Leute. Schaut auf seinem Kanal auf jeden Fall auch vorbei. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Und genau, Leute. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Und genau. Das nächste Video wird dann das Snapchat FAQ. Was ich da angekündigt hatte, Leute. Also. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.